Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 128. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Flugzeug ist vor einer Stunde gelandet. Ich bin auf dem Weg ins Hotel. Das Flugzeug ist vor einer Stunde gelandet. Ich bin auf dem Weg ins Hotel. Der Kunde hat vorhin angerufen. Er ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Der Kunde hat vorhin angerufen. Er ist sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Ich habe einen Fehler in diesem Dokument gefunden. Kannst du das überprüfen? Ich habe einen Fehler in diesem Dokument gefunden. Kannst du das überprüfen? Ich war gestern zu lange feiern. Ich schaffe meine Arbeit nicht. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Sie müssen sich mehr einbringen. Ihre Arbeitsergebnisse sind nicht gut genug. Sie müssen sich mehr einbringen. Ihre Arbeitsergebnisse sind nicht gut genug. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt hier sitze. Ich habe zu nichts Lust. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt hier sitze. Ich habe zu nichts Lust. Hast du schon einmal mit einem Trennschleifer gearbeitet? Hast du schon einmal mit einem Trennschleifer gearbeitet? Hast du schon einmal mit einem Trennschleifer gearbeitet? Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Diese rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Die Kirschnerin bearbeitet das rote Halskette passt perfekt zu meinen anderen Kleidungsstücken. Diesmal machen wir Urlaub auf einer tropischen Insel im Pazifischen Ozean. Diesmal machen wir Urlaub auf einer tropischen Insel im Pazifischen Ozean. Hast du schnupfen? Ich schlage vor, du bleibst im Bett. Hast du schnupfen? Ich schlage vor, du bleibst im Bett. Ich bin unzufrieden. Ich will das nicht. Alles ist mir zu viel. Ich bin unzufrieden. Ich will das nicht. Alles ist mir zu viel. Ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden. Ich will das nicht. Alles ist mir zu viel. Unser Hund darf auf dem Sofa sitzen. So ist er immer nah bei uns. Unser Hund darf auf dem Sofa sitzen. So ist er immer nah bei uns. Es hat geklappt. Unser Plan ging auf. Jetzt brauchen die Pflanzen weniger Wasser. Ich soll hier mein Praktikum machen, aber dazu habe ich keine Lust. Ich soll hier mein Praktikum machen, aber dazu habe ich keine Lust. Ich soll hier mein Praktikum machen, aber dazu habe ich keine Lust. Steht mir dieses Kleid? Es ist auch in Rot erhältlich. Steht mir dieses Kleid? Es ist auch in Rot erhältlich. Steht mir dieses Kleid? Es ist auch in Rot erhältlich. Ich habe die Schuhe ausgezogen. Meine Füße können nass werden. Willst du das Sonnenblumenfeld durchqueren? Das Feld ist sehr groß. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin jetzt ein Like. Vielen Dank.